Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wum Weekly. Facebook, Instagram und WhatsApp werden vom Facebook-Konzern zum essentiellen Dreigestirn geformt. Zugpferde sind dabei gerade WhatsApp und Instagram. Welche Rolle spielen diesen beiden Kanäle für den E-Commerce der Zukunft? Das diskutieren wir heute mit Digitalexperte und LinkedIn-Top-Voice Dr. Theo Pham. Aus dem Messenger-People-Studio in München begrüßt euch heute unser Messenger-Matze. Servus, willkommen zur Sommerausgabe von Wum Weekly, eurem wöchentlichen Videocast rund um alle Themen, die Messenger behandeln, Chatbots behandeln, Conversational Commerce. Ihr wisst es, wenn ihr schon mal reingeschaut habt, wir sprechen hier jede Woche entweder mit Kunden von uns, die aus der Praxis berichten, wie sie Messenger schon erfolgreich auf die eine oder andere Art und Weise einsetzen. Aber wir laden von Zeit zu Zeit auch immer mal Generalisten ein, Experten ein, die einfach noch mal einen ganz anderen Blick auf das Thema geben. Und ich freue mich sehr heute, dass Theo bei uns zu Gast ist. Bevor ich ihn jetzt versuche vorzustellen und eines seiner tausend Sachen, die er macht, irgendwie vergesse, kann er das doch gleich selber machen. Willkommen, Theo. Servus. Hey, Matze. Danke für die Einladung zu eurem Talk. Schön, dass du da bist. Wir hatten schon mal vor zwei, drei Jahren oder so einen Podcast gemeinsam, kennen uns aber noch länger. Wir haben eine gemeinsame Medienkonzernvergangenheit, wenn man so will, haben uns jetzt in unterschiedlichste Richtungen entwickelt. Magst du dich mal kurz vorstellen, was machst du heute und warum bist du prädestiniert, dass wir zwei heute mal drüber sprechen, was in der Welt of Messenger so abgeht? Genau. Also wie du auch lebe ich in München und beschäftige mich immer viel mit digitalen Trends, vornehmlich eben E-Commerce und Social Media. Und dabei schaue ich immer vor allem aus drei Brillen auf das Ganze. Ich möchte immer gerne, mein Motto ist ja so ein bisschen heute wissen, was morgen kommt. Also möchte ich natürlich verstehen, wie entwickelt sich Social Media und auch E-Commerce in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Um das zu verstehen, schaue ich immer in drei Richtungen. Das erste ist natürlich Richtung USA. Was machen die ganzen Silicon Valley Startups? Das zweite, was passiert in China, die uns ja gerade bei dem Thema gefühlt eher 15 Jahre voraus sind. Und das dritte ist eben, was machen junge Leute, also die Generation Z, die ja eigentlich schon länger dieses Mobile-Only-Verhalten haben. Und das ist dann für mich immer so eine ganz gute Brille, durch die ich dann eben jeweils schauen möchte, um neue Trends zu verstehen. Und genau, ich bin auch noch recht aktiv als Content-Creator. Ich mache eben recht viel auf LinkedIn, habe auch meinen Trends-Podcast und habe eben auch die Delta School gegründet, wo ich dann eben auch Seminare und Beratung mache zu diesen Themen Social Commerce und Social Media. Fast ein bisschen zu bescheiden. Ich bin ja auch auf LinkedIn. Du bist LinkedIn Top Voice 2020. Glückwunsch dazu nochmal. Du bist aber auch sehr aktiv auf allen anderen Plattformen. TikTok bist du auch riesengroß, habe ich letztes Mal geschaut. 100.000 Views ungefähr für ein TikTok-Video. Welche Rolle spielt denn Instagram in deinem Business und in deinem Leben? Genau, also Instagram, also nicht überraschend, ist ja wirklich eine der wichtigsten Plattformen. Ich glaube, sowohl für alle, die ein Business haben, also für Companies, für Influencer, aber natürlich eben auch für Privatpersonen. Bei mir ist es so, dass ja dadurch, dass ich ja B2B bin, dass natürlich meine wichtigste Plattform schon LinkedIn ist, weil ich dort natürlich dann eben meine Zielgruppe am stärksten erreichen kann. Dennoch sehe ich aber, dass ich über Instagram natürlich auch andere Inhalteteile, gerade durch die Stories-Funktion, da hat man ja einerseits die Möglichkeit eben auch einfach mal, ja, vielleicht lustigere Inhalte zu teilen, spontanere Inhalte zu teilen. Ich finde auch die ganzen Tools, die es da gibt, die ganzen Sticker, Umfragen und so weiter, benutze ich wahnsinnig gerne und ich glaube, dass Instagram einfach ein extrem gutes Tool ist, um eben auch mit Leuten zu interagieren, aber eben auch zu verstehen, ja, wofür sich Leute eigentlich so interessieren, weil man einfach merkt, dass das Engagement, gerade bei Instagram Stories und diesen Umfragen, wahnsinnig hoch ist. Und Instagram Direct Messages, also bekommst du auch viele Anfragen dann direkt in den PMs, wie es so schön heißt, nee, DMs heißt es ja. Spielt das eine Rolle für dich im Business? Genau, also DMs sind extrem spannend. Zum einen, weil natürlich halt Leute direkt auf deine Story dann eben auch reagieren und dadurch ergeben sich ja diese ganzen spontanen Gespräche. Das heißt, es kann irgendwie sein, dass ich jetzt irgendwie auch ganz aktiv eben Fragen stelle in den Instagram Stories. Und dann gibt es eben Leute, die antworten meinetwegen auf die Umfrage oder sie antworten eben in diesem, ich sag mal, Antwortsticker oder sie schreiben eben auch direkt eine DM. Und dadurch ergeben sich einfach super spannende Diskussionen auch. Und wir werden ja sicherlich gleich auch noch über WhatsApp sprechen. Aber ich finde eben, WhatsApp ist super gut für Konversationen mit Leuten, die du logischerweise schon gut kennst, beziehungsweise eben auch, um geplante Konversationen zu führen. Und für mich ist halt Instagram DM eher sowas Spontanes. Also entweder Nachrichten schreiben mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne, die vielleicht über die Story mit mir in Interaktion getreten sind. Oder vielleicht auch Leute, mit denen ich selbst schon länger nicht mehr gesprochen habe, die ich zwar kenne, aber dass ich zum Beispiel sage, hey cool, der Mats hat was cooles, hat eine coole Story gepostet oder irgendein Influencer oder irgendeine coole Brand hat eine Story gepostet. Und dann ist für mich meistens die Story eben so der Impuls, um eben auch in so eine DM-Konversation einzusteigen. Und jetzt ist es ja so, dass letzte Woche, nee, ich war im Urlaub, es war schon vor meinem Urlaub, also letzte Woche, wo ich gearbeitet habe, also vor drei Wochen, auf der F8 wurde ja verkündet, dass jetzt auch Instagram Direct Messages professionell zu bearbeiten sind über Tools. Schleichwerbung darf erlaubt sein. Messenger People bietet jetzt als weiteren Teil der Familie auch Instagram Messages an. Das heißt, Unternehmen können neben WhatsApp, Facebook, Viber, whatever, auch über Instagram Direct Messages mit ihren Kunden sprechen. Wo siehst du da so Potenziale? Hast du da spontan so ein paar Use Cases, wo du sagst, das könnte für die Unternehmen spannend sein, die Kombination vielleicht aus Posts, Stories und dann zu Instagram Messages? Hast du da so ein Gefühl, was coole Use Cases sein könnten in Zukunft? Also prinzipiell sehen wir ja eigentlich schon seit Jahren diesen Trend hin zum Social Commerce. Das heißt, dass eben Social Media und E-Commerce eben sehr stark zusammenwachsen. Und vor allem in China ist dieser Trend ja eben ganz, ganz stark. Und noch haben wir ja leider im Westen so ein bisschen eine Trennung, dass wir sagen, Mensch, ich hole mir eine Inspiration durch Instagram, aber wenn ich jetzt wirklich was einkaufen möchte, dann muss ich dann vielleicht doch irgendwie zum Online-Shop von der Company gehen. Und diese Integration der beiden Welten, an der arbeitet ja Instagram schon sehr lange sehr fleißig. Ich glaube, entscheidend wird ja eben auch sein, die Payment-Integration, dass man eben wirklich dieses One-Click-Shopping machen kann. Aber ich glaube eben, dass sobald sowohl die Inspiration als auch das Shopping eben auf Instagram stattfindet, dann kann eben auch eine Kaufberatung, also das ganze Thema Conversational Commerce dort stattfinden. Dann kann eben auch das ganze Thema Customer Service dort stattfinden. Und was wir in Asien ja sehen mit so Sachen wie WeChat, ist, dass eben dort die Messaging-Plattformen ja so ein bisschen so der One-Stop-Shop für alles sind. Das heißt, du brauchst gar nicht mehrere Plattformen, sondern sowohl Content, Commerce als eben auch Transaktionen und Customer Service kann alles an einer Stelle stattfinden. Jetzt hast du schon WeChat, hast du mir schon ein Stichwort gegeben. Und Conversational Commerce hast du schon, hast du jetzt schon, hast du auch schon gedroppt. Wie würdest du meiner Mutter Conversational Commerce erklären? Wahrscheinlich würde ich ihr sagen, dass es gar nicht so unterschiedlich ist zu dem, ja vielleicht zu der Interaktion in dem Ladengeschäft, wo man ja letztendlich irgendwie auch One-to-One eben mit einer Person eben spricht, dann eben auch Fragen zum Produkt stellen kann, dann idealerweise natürlich eben auch schnell eine Antwort bekommt. Das heißt, ich glaube, diese Art von Interaktion ist für die Leute gar nicht so neu. Okay, nur dass du den Vorteil hast, dass es natürlich mobile stattfinden kann, über WhatsApp zum Beispiel, und dass das Ganze eben auch asynchron ist. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie die Zeit blocken und sagen, hey, ich bin jetzt eine halbe Stunde jetzt im Kundengespräch, sondern du schreibst einfach mal so hin und her. Und wenn es irgendwie gerade passt, dann guckst du irgendwie gerade drauf, ob die Person irgendwie geantwortet hat. Also es ist einfach, glaube ich, sehr komfortabel. Gerade wenn man jetzt irgendwie auch, so wie wir, viel vor dem Rechner irgendwie sitzt, vielleicht nebenbei noch drei andere Sachen macht. Da ist ja vielleicht auch ganz nett, das Ganze asynchron machen zu können. Also Asynchronität als eine große Stärke in der Messenger-Kommunikation. Was siehst du im Allgemeinen, Conversational, egal jetzt über welche Plattformen, was siehst du noch so an Stärken? Ich weiß ja, du beschäftigst dich zum Beispiel, du bist ein großer Fan von Live-Shopping, Social-Commerce, hast du schon gesagt. Also was siehst du sonst noch so als große Vorteile von Conversational-Commerce, aber vielleicht auch Nachteile, jetzt mal noch gar nicht so auf die Plattform bezogen, die das vielleicht noch nicht so können, aber wo denkst du denn, hat Conversational-Commerce seine Grenzen, aber auch seine Stärken gegenüber anderen digitalen Einkaufsmöglichkeiten heutzutage? Ich glaube, es kommt natürlich immer total aufs Produkt an. Also du hast natürlich Produkte, wo du keinen Conversational-Commerce brauchst. Also wenn ich mir jetzt einfach nur irgendwelche Socken- oder Schokoriegel kaufe, dann brauche ich da wahrscheinlich keine große Interaktion. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie, ich stelle mir jetzt vor, ich will mir irgendwelche Proteinriegel kaufen oder Nahrungsergänzungsmittel oder so, da würde ich vielleicht schon ganz gerne mal irgendwie Fragen dazu stellen. Und das Interessante ist ja auch, dass gerade jüngere Leute, also Millennials und Gen Y und Gen Z, die greifen jetzt da zum Beispiel nicht gerne zum Telefon, also die telefonieren einfach nicht gerne, weil das eben nicht so das User-Verhalten ist. Also möchtest du da eben auch irgendeine Art von Chat haben und eben auch gleich Fragen beantwortet haben. Und ich glaube, dass man irgendwie Fragen zu Produkten hat, das ist ja relativ normal. Und dann ist eben die Frage, auf welchem Kanal werden diese Fragen am effizientesten beantwortet. Und E-Mail und Telefon ist es sicherlich nicht. Ich glaube, Chat kann da total viel helfen, aber es muss natürlich auch gut umgesetzt sein. Denn in dem Augenblick, wo ich eben anfange, in den Chat zu schreiben, erwarte ich dann eigentlich schon, dass die Antwort relativ schnell zurückkommt. Und ich glaube, dass eben, wenn Unternehmen sich dazu entscheiden, diesen Service anzubieten, der aus meiner Sicht immer stärker nachgefragt wird, dann müssen sie aber auch sicher gehen, dass das eben sowohl technisch als auch von ihrer Manpower her gut abgebildet ist. Weil sonst kann es natürlich sehr frustrierend sein, weil ich sage, Mensch, jetzt habe ich schon in den Chat da reingeschrieben. Oder jetzt habe ich schon mal diese WhatsApp-Konversation begonnen. Und dann warte ich irgendwie trotzdem lange drauf. Diese Experience möchte man natürlich optimieren. Wenn du sagst, ein Unternehmen muss jetzt Ressourcen schaffen, um diesen Kanal auch ordentlich zu bespielen, wo siehst du denn dann die Vorteile fürs Unternehmen? Du hattest ja gerade schon gesagt, der Schokoriegel braucht es dann vielleicht nicht. Ich würde mal ein Stichwort geben, User Acquisition Costs. Ja, Schokoriegel, Socken kaufe ich mir als E-Commerceler eigentlich jedes Mal meinen Kunden teuer ein, über Google Ads, Facebook Ads, Instagram, whatever. Siehst du da noch andere Vorteile, warum das sich für Unternehmen lohnen könnte, trotzdem Conversational Commerce anzubieten? Ich glaube, also A, natürlich, je schneller irgendwas geht, also je weniger Friktion, desto höher werden natürlich auch immer die Conversion Rates sein. Dass du sagst, hey, ich muss nicht irgendwie durch wahnsinnig komplizierte Checkout-Prozesse gehen, sondern idealerweise hat die Firma dann eben schon viele von meinen Kundendaten. Ich muss das eben nicht alles neu eingeben, kann relativ schnell eben auschecken. Ich glaube, das andere ist eben auch, ist, dass es natürlich Sinn macht, für jede Firma dort zu leben, wo auch der Kunde ist. Und der Kunde, der lebt natürlich A, in seiner Messaging-App und B, natürlich auch auf Social Media. Aber der geht halt nicht jeden Tag auf den Online-Store, auf die Webseite von dieser Firma. Also ich kann der größte Nike- oder Adidas-Fanatiker aller Zeiten sein. Also von alleine würde ich da vielleicht jedes halbe Jahr auf die Webseite gehen. Aber ich habe halt jeden Tag Kontakt eben mit Instagram und sehe dort eben die Inhalte. Wenn ich dann zum Beispiel über Instagram dann eben wiederum halt in eine Conversation oder in eine Transaktion einsteigen kann, dann würde es natürlich wieder extrem viel Sinn machen, weil ich dann wieder Anstöße bekomme, hey, da gibt es ja irgendwie coole neue Produkte. Und genauso kann es natürlich auch Sinn machen, wenn ich sage, es gibt einen ganz kurzen Weg, wo ich idealerweise vielleicht, wenn ich meine Dinge in WhatsApp, wenn ich jetzt einfach nur schreiben müsste, wo ist mein Paket? Fragezeichen. Das wäre irgendwie schon cooler, wenn ich jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, Zalando oder sowas wäre, oder Adidas, wenn ich einfach nur schreiben müsste, hey, wo ist mein Paket? Und dann kriege ich irgendwie sofort eine Antwort drauf. Anstatt mir jetzt zu überlegen, Mensch, raussuchen, service at zalando.de, service at adidas.de, sehr geehrte Damen und Herren, meine Bestellnummer 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla und so weiter. Das ist ja schon sehr, sehr kompliziert. Lustigerweise hatte Katharina in unserem WUM-Talk, ich glaube, letzte Woche Erwin Müller zu Gast. Und die haben uns auch berichtet, dass gerade diese Frage, wo ist unser Paket, ist wirklich eine der mit Abstand häufigst gestellten Fragen. Ich glaube, so 20.000 Anfragen im Monat nach, wo ist mein Paket? Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man das über einen WhatsApp automatisiert zur Verfügung stellen kann, diese Information, und das macht Erwin Müller, spart man sich natürlich extrem Ressourcen, weil sonst würden die Leute anrufen oder halt eine Mail schreiben, etc., pp., also wo ist mein Paket? Ist wirklich gerade im After-Sale wirklich ein extrem wichtiger Use-Case auf WhatsApp. Ergänzend vielleicht noch auch das Thema wiederkehrende Käufer, ja. Du sagtest das ja ganz einfach, ganz niederschwellig. Auch das sehen wir ganz oft. Ich habe dann halt einmal meinen Proteinriegel über WhatsApp gekauft, ja, und wenn ich nach drei Wochen wieder eine Proteinriegel brauche, dann muss ich halt nicht mehr googeln, Instagram, etc., sondern ich nehme einfach mein Handy, habe den Proteinriegel-Anbieter drin und schreibe einfach nur nochmal, hallo, ich brauche bitte nochmal zwölf Stück von den leckeren Schokoriegeln. So kaufen zumindest Männer ein, weiß nicht, wie du das siehst, aber bei Männern muss das ja immer einfach sein, ja, wenn ich sage, hey, ich schicke mir einfach nochmal die Proteinriegel gut. Frauen brauchen vielleicht eher so ein bisschen Inspirational, das vielleicht auch so als Ergänzung. Ich meine, am Ende muss natürlich jeder Händler oder jede Brand natürlich, hört sich irgendwie relativ logisch an, halt sich ans User-Verhalten von den Leuten irgendwie anpassen. Und die meisten Brands, die sind halt schon relativ gut darin, okay, die können irgendwie Ladengeschäfte, die können meinetwegen auch ihre Webseite und die können vielleicht E-Mail, ja. Was sie meistens noch nicht so gut können, ist eben Social Commerce, also Social Media Plattform mit Transaktionen und Kundenservice und eben auch Messenger-Plattformen. Aber das ist halt zufälligerweise jetzt in der mobilen Welt, da, wo die Leute halt die meiste Zeit rumhängen und eben nicht im Ladengeschäft und nicht auf der Webseite. Von daher glaube ich, also, dass es, also es gibt ja Firmen, die gehen ja auch Social Commerce First oder Social Commerce Only und konzentrieren all ihre Ressourcen drauf und machen da natürlich auch einen extrem guten Job. Und ich glaube, dass halt jede Brand sich zumindest langsam mal in diesen Bereich rüberbewegen sollte. Aber wäre es so auch so radikal zu sagen, dass man vielleicht in fünf oder zehn Jahren, ja, also du sagst ja, fünf Jahre ist so dein Blickwinkel, dass es dann eigentlich den klassischen Online-Shop gar nicht mehr braucht, wenn man über Instagram-Shopping, WhatsApp-Shopping, Facebook-Shopping das alles abbilden kann? Also wir hatten ja die Diskussion mal schon mal, braucht ihr überhaupt noch eine Webseite von einem Unternehmen, wenn da eh keiner hingeht? Also siehst du das schon so? Also klar, China und Deutschland ist nicht hundertprozentig miteinander zu vergleichen. Da gibt es viele Unterschiede aus vielen Gründen. Aber dort ist es ja schon so, dass die typische Marken-Webseite sehr, sehr unwichtig ist, ja. Weil einfach alles sich eben in diesen Messaging oder auch Social Media-Apps eben stattfindet und es einfach viel zu viel Friktion ist, jetzt eben noch eine neue, ja, also für den Endkunden eine neue, also eine eigene Webseite anzusteuern und dort auch die ganzen Payment-Daten und so weiter anzugeben. Ich glaube, was halt spannend ist, ist, dass es in China zum Beispiel ja auch sogenannte Mini-Apps zum Beispiel auch gibt, dass du eben innerhalb von einem WeChat eben dort eben Umgebungen hast, wo ein Nike oder ein Louis Vuitton sagen kann, ich habe hier meine eigene Markenwelt quasi innerhalb von so einer App drin. Oder ein anderes Beispiel, es gibt auch sogenannte, also es gibt auch so Mini-Apps oder so Einmal-Apps, Wegwerf-Apps. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant rein und du scannst jetzt einfach nur einen QR-Code ein, sagen wir mal mit Instagram zum Beispiel, ne, oder mit WhatsApp. Und dann würde halt innerhalb von WhatsApp halt irgendwie meinetwegen das Menü von dieser Firma, von dem Restaurant erscheinen. Du könntest dort irgendwie alles irgendwie bestellen, customisen und so weiter und so fort. Du könntest auch direkt bezahlen. und wenn du aus dem Restaurant rausgehst, dann ist die App wieder weg, ja. Also solche Sachen finde ich einfach extrem cool, wo du halt einfach sagst, okay, ich muss jetzt nicht eigene Webseiten irgendwie ansteuern, ich muss keine eigenen Apps runterladen. Payment läuft alles über die App, die ich eh schon habe, zum Beispiel eben WhatsApp. Aber wie kann ich die Experience innerhalb von diesen Apps quasi noch spannender machen, als jetzt vielleicht einfach nur reine Texte oder reine Bilder zu zeigen? Und ist das so, dass das in China WeChat alles schon so abbildet mit den ganzen verschiedenen Cases, die du erzählt hast? Payment ist, glaube ich, klar. Alipay gehört da, glaube ich, dazu, dass das fehlt. Aber so diese ganzen Mini-Apps, Mini-Programme, das bietet der Messenger in China, WeChat, das bieten die alles schon an? Genau, also WeChat ist ganz bekannt für seine ganzen Mini-Programme. Genau, Alipay ist ja nochmal der Wettbewerber da von Alibaba. Was wir aber auch sehen, ist, dass dort eigentlich alle, also in China hast du ja diesen Trend, dass alle Apps versuchen, irgendwie Super-Apps zu werden. Das heißt, das chinesische TikTok, das heißt ja Douyin, die haben ja mittlerweile auch Live-Shopping und E-Commerce und Video-Shopping und so weiter. Weil die sich halt alle sagen, na ja, wenn der Kunde eh schon mal bei uns ist, der User, dann will ich dem da auch noch was verkaufen oder ich will halt die Friktion möglichst gering machen. Du siehst zum Beispiel in Südostasien, siehst du ja solche, das ist quasi das Uber, also die Taxi-App von Südostasien, die heißt ja Grab und Grab hat jetzt auch so was wie GrabPay eben eingeführt. Das ist also ganz spannend, dass du dich an dieses Super-App-Thema über viele Ecken irgendwie nähern kannst. WeChat hat als Messenger angefangen und hat gesagt, okay, jetzt machen wir irgendwie auch noch Payment. Alipay hat als Payment-App angefangen und hat gesagt, okay, irgendwann brauchen wir jetzt aber auch noch so ein bisschen Social oder ein bisschen Content und solche Sachen wie Grab oder Didi, die fangen dann eben als Taxi-Apps an und sagen, okay, wenn wir die User eh schon mal hier haben und die eh ja schon mal auch unsere Fahrten hier bezahlen, warum sollten die dann nicht auch gleichzeitig noch Essen bestellen können? Also denkbar wäre halt irgendwann, dass zum Beispiel, weiß nicht, Gorillas und WhatsApp sich irgendwie auch integrieren müsste oder irgendwie ähnliche Funktionen sogar haben. Aber warum glaubst du denn, dass das im Westen, jetzt mal allgemein gesagt, dass es im Westen eigentlich diese Super-Apps bisher nicht gibt? Also wir nutzen ja immer noch für Shopping Amazon, für Messaging WhatsApp, für Social Instagram, für Navigation Google Maps, die vielleicht am ehesten noch so Richtung Super-App tendieren. Ist es vielleicht auch so, dass es hier, ich will jetzt nicht sagen wegen unserer Kultur, aber dass es halt hier eher so ist, dass man lieber für jedes seine eigene App hat, ist auch die Frage, die mir oft gestellt wird und die ich nicht beantworten kann. Warum ist hier WhatsApp so populär? Kann man mit Netzwerkeffekten erklären, aber vielleicht auch, weil WhatsApp nicht tausend Features hat, wie der Facebook Messenger oder auch Telegram, wo es viel, viel mehr Features gibt. Vielleicht ist gerade dieses eine App für einen Use Case, vielleicht ist das was, was bei uns eher funktioniert. Also glaubst du, wir werden nochmal super Apps sehen? Also in dem gleichen Maß wie in China glaube ich nicht. Aber es gibt schon immer so Use Cases, die halt sehr viel Sinn machen zusammen. Also ich kann am ehesten glaube ich sehen, dass, also ich glaube, dass WhatsApp irgendwann Payment integriert. Das gibt es ja auch glaube ich schon in Indien. In Brasilien und in Indien, ja. Genau, in Indien und in Brasilien, ja. Das muss ja irgendwann mal in den Westen kommen, ja, also hoffentlich irgendwie bald. Wir haben ja im letzten Jahr, zumindest ja im Westen auch schon, auch ein bisschen bedingt durch Corona, ja ein bisschen Fortschritte gemacht mit Mobile Payment. Ähm, ich glaube Instagram könnte auf jeden Fall zu einer super Shopping-App werden. Wenn du mir irgendwann sagst, also wenn du mir irgendwann sagen würdest, dass Instagram ähnlich viel Shopping-Umsatz macht, E-Commerce-Umsatz wie Amazon in, weiß nicht, zehn Jahren, dann wäre ich jetzt nicht besonders überrascht, ja. Also ich glaube, da gibt es extrem viel Potenzial eben dafür. Ähm, gerade bei WhatsApp sehe ich aber, dass viele Leute da halt einfach so diese Simplizität eigentlich sehr gut finden, ja. Dass es eben nicht überfrachtet ist, dass du dort eben nicht irgendwie, äh, weiß nicht, äh, dir Storys irgendwie angucken sollst, obwohl es das Feature irgendwie gibt. Sondern die meisten sagen ja bei WhatsApp wirklich, das ist für Kommunikation gedacht. Und das funktioniert wirklich sehr gut und sehr schnell. Und, ähm, genau. Zum Beispiel auch für das Thema Group Chat oder sowas. Aber ich finde es ja einfach faszinierend, weil, also wir sind ja beide jetzt nicht Produktmanager bei WhatsApp oder Instagram. Ähm, das heißt, wenn wir das wären, dann wäre es ja auch spannend zu sehen, Mensch, wir haben jetzt irgendwie diese zehn Features, ähm, die wir implementieren könnten. Und was sind da eigentlich so die Trade-offs, ja. Ähm, ähm, wird die Core-Message, Massaging-Experience bei WhatsApp irgendwie schlechter, wenn wir da jetzt plötzlich auch noch Shopping anbieten würden? Oder können wir das eigentlich stabil halten und dem User auch noch mehr Mehrwert liefern? Ähm, was denkst du denn? Findest du das WhatsApp, so wie es ist, eigentlich cool ist, oder würdest du da gerne noch mehr Features haben? Ja, ich, äh, mache mir da natürlich auch meine Gedanken. Äh, ich glaube aber wirklich, dass dieser Simplicity-Ansatz, ähm, wirklich, ähm, das Erfolgsgeheimnis auch so ein bisschen von WhatsApp, dass es halt so lean gehalten ist, ja. Ja, ich meine, schau mal in die Social-Media-Welt, warum ist ein MySpace irgendwann mal untergegangen, äh, weil man irgendwie tausend, eine Million verschiedene Sachen, et cetera, da machen konnte. Dann war Facebook relativ, äh, lean und easy und alles, alles, jedes Profil sah irgendwie gleich aus. Mittlerweile gibt's auch bei Facebook so viel unterschiedliche Geschichten, dass die Leute zu Instagram kommen, was ja auch sehr, irgendwie, sehr, sehr gleich aussieht, ja. Ähm, also jetzt da zu viel reinzupacken, bin ich persönlich skeptisch, ähm, aber ein paar Funktionen, die, wie du schon sagst, dann wirklich einen Mehrwert in der Konversation bieten, ja, wie zum Beispiel ein kleines Umfragetool. Ich glaube, jeder WhatsApp-Nutzer, der in irgendeiner Gruppe ist, hat sich schon mal so ein kleines Umfragetool gewünscht. Äh, spielen wir heute Abend oder nicht? Oder wer bringt die Blumen für die Oma mit? Oder so, ähm, ja, spannend, ähm, mal zu sehen, wie, wie WhatsApp da weitergeht. Ja, im Moment sind sie natürlich sehr auf das Thema Privacy aus. Da haben sie auch ein paar schöne Kommunikation, kommunikative, ähm, ähm, Fettnäpfchen getroffen. Also ich glaube, Privacy steht erstmal ganz, ganz vorne auf dem Thema und dann natürlich das Thema Business ausrollen. Ähm, warum müssen Leute immer noch telefonieren oder E-Mail, wie du schon sagtest, wenn ich denen eigentlich auch eine WhatsApp schreiben kann, um zu fragen, wann ich denn heute im Hotel einchecken kann oder sowas. Was ich bei WhatsApp vielleicht noch ganz spannend finde, ist, dass, ähm, das ganze Thema WhatsApp-Gruppen, ne? Also jeder von uns hat ja irgendwie so seine kleinen Gruppen, entweder mit drei Mitgliedern oder zum Teil ja auch mit 20 Mitgliedern innerhalb eben von WhatsApp. Und zum Teil sind es ja fast schon wie so Mini-Social-Networks, ja? Und das finde ich eben schon ganz spannend, ähm, weil dort ja schon zum Teil sehr viel Konversation eben stattfindet. Und da könntest du ja auch viele Features überlegen, zum Beispiel irgendwie auch so, ähm, Rechnung zu splitten, ja? Wenn du jetzt sagst, ich gehe mit meinen fünf Freunden jetzt irgendwie, weiß ich, essen oder sowas, ja? Dann wäre es ja cool, A, Payment zu haben und dann eben auch vielleicht das auf die Mitglieder irgendwie umlegen zu können. Und du hast ja zum Teil ja auch schon den Trend, dass die Leute sagen, sie wollen vielleicht auf Social Media gar nicht mehr so viel sharen und machen das quasi eher so unter sich, in so kleinen Gruppen. und ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, dass zum Teil das, was auf Facebook-Gruppen irgendwie abgeht, in einem noch kleineren und privateren Rahmen auch auf WhatsApp eben sich abspielen könnte. Ähm, also ich glaube da, ja, wiederum Entscheidung der WhatsApp-Produktmanager. Gibt es wahrscheinlich genug Dinge, die die da machen könnten. Ja, das Thema Content-Sharing habe ich schon damals beobachtet, als ich bei ProSieben noch Social Media war, hatten wir auch diese Sharing-Buttons, ne, wo kannst du jetzt das tolle Zirkus Halligalli-Video sharen auf Facebook, Twitter, Pinterest und WhatsApp und da haben wir schon gesehen, dass die überwiegende Mehrheit, und das waren irgendwie 60, 70, 80 Prozent aller Shares, liefen damals schon über WhatsApp, was mir ja auch dann so gezeigt hat, dass auch das Thema Content im Messenger so extrem wichtig ist, weil die Leute es halt dann eben nicht mehr als Public sharen, das ist natürlich anders, du machst daraus ein Business, aber privat, wann habe ich das letzte Mal privat irgendwas auf Facebook oder Instagram gepostet, bei mir ist es zumindest sehr selektiv, aber meine Familie, meine Freunde, die kriegen viel mehr Content, in Anführungsstrichen, über WhatsApp und WhatsApp-Gruppen. Also, dass sich diese Kommunikation in Messenger verlagert, das haben wir ja schon gesehen und das war ja auch einer der großen Erfolge des WhatsApp-Newsletter, den es ja nicht mehr gibt. Kleiner Spoiler, es wird da demnächst eine WhatsApp-Ansage kommen, dass sowas in der Art wieder möglich sein wird, aber da darf ich heute noch nicht mehr drüber sprechen. Mehr drüber sprechen ist das Stichwort. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Wir haben ja im Vorfeld aufgerufen, die Messenger-People-Community, Fragen zu stellen, an dich, an Theo oder auch natürlich jetzt live während unseres kleinen Talks. Wenn ihr da Fragen habt, stellt die uns gerne und ich schaue mal, ob ein paar reingekommen sind. Was sind in deinen Augen die größten Hebel für Unternehmen, um erfolgreich Social Commerce zu betreiben? Gute Frage. Genau, also ich glaube, die Unternehmen, die müssen halt erst mal, also halt richtig gut diese Plattformen kennenlernen. Zum Beispiel sowas wie TikTok oder sowas. Du kannst jetzt nicht irgendwie jetzt einfach sagen, ja, ich fange jetzt morgen an, ganz viele Sachen auf TikTok super erfolgreich zu verkaufen, auch wenn ich jetzt die Plattform nicht kenne. Oder du kannst jetzt auch nicht morgen sagen, hey, ich bin zwar, meine Firma ist zwar nicht aktiv auf Instagram, aber ich will morgen sofort mit diesen Shopping-Features dann eben auch einsteigen. Also ich glaube, du brauchst eben selbst eine sehr starke Social-Media-Präsenz, wo du auch ganz genau weißt, welche Art von Content dort gut funktioniert, welche Features gut funktionieren, ob du jetzt irgendwie live oder Storys oder normale Feed-Posts eben machen sollst, wie du eben auch vor allem mit Influencern zusammenarbeitest. Ich glaube, das muss erst mal alles gegeben sein, bevor du sagst, ich verkaufe da jetzt eben Sachen ab. Und ich glaube, dass viele Firmen sich diesen Weg irgendwie sparen wollen und sagen, ja, Social Media und Community, das brauche ich alles nicht. Ich mache jetzt irgendwie nur Abverkauf. Und ich glaube, dass du eigentlich schon, ja, ich glaube, Content, Community, Commerce wird es vielleicht ganz gut treffen, dass du diese drei Sachen beherrschen musst. Frage von mir, weil du der Experte bist, habe ich natürlich auch nochmal eine Frage, die mir spontan einfällt. Ich war gestern auf der Instagram-Page von Gorillas. Gorillas, in aller Munde, über eine Milliarde mittlerweile bewertet, noch nicht mal ein Jahr alt. Die haben 36.000 Follower. Und das heißt, das ist ein Unternehmen, was extrem schnell, extrem gut gewachsen ist, ohne Social Commerce. Oder siehst du das anders oder sagst du, das ist so ein spezieller Use Case. Da war es klar, dass sie lieber ganz Berlin plakatieren, als jetzt so viel in Instagram zu investieren. Naja, also was sie ja schon machen, ist, dass die, ich glaube, was halt relativ gut ist, also Gorillas hat recht viel User-Generated Content aus meiner Sicht, weil halt viele drüber berichten, weil dieses Erlebnis halt immer ganz cool ist. Und dann posten sie ja immer so ihre Screenshots von wegen 14 Uhr bestellt, 14 Uhr sieben angekommen oder sowas. Das ist natürlich irgendwie so ein perfekter Multiplikator. Also das ist nämlich schon ganz gut. Und was sie natürlich auch machen, ja, auch natürlich auch mit Social Media Ads, ist dadurch, dass sie halt so lokal sind und in München am Anfang halt nur in einem Stadtteil waren, dann haben sie natürlich zugesehen, dass sie auch erst mal nur diese User getargetet haben. Also ich glaube, das haben sie eben schon ganz clever gemacht. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Social Commerce jetzt möglich wäre, über jetzt über Instagram, dass du auch direkt kaufst, dann kann ich mir vorstellen, sowas wie Gorillas. Also natürlich macht es total viel Sinn zu sagen, morgen ist es, ist heute das Fußballspiel oder morgen? Heute. Deutschland, ja genau, ja. Heute Deutschland, morgen gibt es auch eins, ja. Genau, es wird auch total viel Sinn machen, jetzt schon den ganzen Tag den Feed zuzuspammen mit irgendwie Bier vergessen, Bratwurst für den Grill oder sowas, und dass dann die Leute auch direkt von den Storys oder von den Ads dann halt auch direkt in die Transaktion einsteigen. Würdest du das organisch machen, wenn du sagst, Feed zu spammen, wir wissen ja so Lebensdauer von so Posts, oder würdest du das über Pay machen, weil du sagst, okay, ehe das jetzt organisch ankommt und Creation, mache ich lieber Instagram Ads mit heute Fußball, jetzt Snacks bestellen? Also ich würde schon beides machen, also ich glaube, um richtig auf Social erfolgreich zu sein, willst du alles drei machen. Ich glaube, du willst guten, organischen Content machen, du willst Ads machen und auch mit Influencern zusammenarbeiten. Es gibt ja manchmal, es gibt ja so manche Brands, denen kannst du eigentlich auf Social kaum aus dem Weg gehen, weil sie wirklich diese ganze Klaviatur da spielen. Und diese Brands sind dann aber innerhalb von dieser Social Media Plattform quasi überproportional relevant, ja. Also nehmen wir mal an, du hättest jetzt irgendwie, keine Ahnung, Red Bull, was irgendwie jeder kennt und dann gibt es aber eine kleinere Firma, vielleicht einen anderen Energy Drink, der spammt sozusagen komplett irgendwie so eine Plattform zu, dann ist dieser Energy Drink in der Wahrnehmung auf der Social Media Plattform viel, viel relevanter als ein Red Bull. Also ich glaube schon, dass du da so einen gewissen, ja, sehr schnell so einen gewissen Mindshare auch erzeugen kannst, wenn du eben sozusagen alle Arten von Paid und Organic Content auch mitnimmst. Ah, ja, spannend. Monster Energy, hat einen extrem guten Instagram-Kanal. Ich habe Monster abonniert und nicht Red Bull. Genau. Danke und sorry für das bisschen ausscheren, aber das hat mich jetzt auch so ein bisschen beschäftigt, wie man schnell sagt. Wie sieht es für B2B aus? Ist die Zielgruppe in B2B nicht konservativer? Funktioniert hier auch Messenger-Commerce? Gut, im B2B hast du ja typischerweise nicht unbedingt das Problem, dass du jetzt ja genau, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche sehr teuren Produkte verkaufst oder sowas, dann ist das Problem ja gar nicht unbedingt, dass du sagst, ich muss jetzt eine friktionslose Transaktion machen, dass die Leute jetzt irgendwie per One-Click kaufen können. Ich glaube, es geht ja eher darum, dass die Leute A, dich sehen, dass es dich gibt und B, vielleicht auch mit dir ins Gespräch kommen. Beispiel jetzt bei mir, ich bin ja auch B2B, also Leute fragen mich ja an für Beratung und zum Beispiel für Beratung oder für Vorträge, Workshops und so und ganz vieles davon passiert eben auch über DMs. Also vieles davon kommt einfach über LinkedIn, dass wir einfach in LinkedIn drüber auseinandersprechen, hey, hey, machst du dies und jenes, kannst du uns dabei helfen? Gleiches eben auch über Instagram eben DMs. Ich habe eben auch zum Teil auf meiner Webseite eben auch schon, da kannst du auch diesen Link machen, dass du direkt in WhatsApp quasi landest und ich glaube, je schneller einfach du ins Gespräch kommst, desto besser und das ist ja irgendwie doof, wenn jetzt irgendjemand was von dir kaufen will und sozusagen du dem quasi signalisierst, ja, ich schreibe erst mal eine E-Mail und dann melde ich mich in drei Tagen mal, warum nicht sofort innerhalb von der nächsten fünf Minuten irgendwie klären, ob das was, ob das überhaupt zusammenpasst oder nicht. Also ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr relevant. Oder das gute alte Kontaktformular, was ich auch gerade auf B2B-Webseiten noch sehe, Kontaktformular, und dann bekommst du eine E-Mail. Und ich glaube insgesamt vielleicht auch noch, ich glaube dieses Thema auch mit so Social Commerce, ich glaube das Entscheidende ist gar nicht mal unbedingt zu sagen, Interaktion über Handy ist irgendwie besser als über, keine Ahnung, als über Desktop oder Webseite oder E-Mail oder sowas, ja. Es geht einfach darum, dass niemand geht, also niemand geht irgendwie von alleine auf die Webseite von irgendeinem Unternehmen, ja. Also das macht einfach niemand. Aber jeder ist jeden Tag auf Social Media oder in seinen Messenger-Apps unterwegs. Und deshalb musst du da halt eine Präsenz haben. Es bringt dir nichts, eine super, super Webseite zu haben, wenn du keine Visibility innerhalb von Social Media oder innerhalb von Messaging hast, ja. Und deshalb, ich glaube das müssen eben die Unternehmen noch viel stärker verinnerlichen. Das war ein super Schlusswort. Bedanke mich recht herzlich, dass du uns und mir Frage und Antwort gestanden hast. Fand es super inspirierend, das auch nochmal aus dieser Social Commerce Brille zu sehen. Ich sehe da auch so eine perfekte Verbindung aus Social Commerce, Inspiration, Schaufenster und dann Conversational Commerce, Beratung, Conversation in den Kauf. Vielen Dank, dass du da warst, Theo. Danke, Matz, hat Spaß gemacht. Bis bald mal wieder. Und ja, ihr Lieben, das war's mit Theo mit unserem WUM Weekly. Wir haben demnächst eine kleine Sommerpause, aber auch schon wieder einige spannende Speaker, Gäste, Interviewpartner, Freunde, Familie und natürlich Kunden eingeladen für die Talks. Schaut vorbei auf WUM.de. Lässt sich leicht merken, WUM mit drei M. Da könnt ihr den Talk nochmal anschauen, alle anderen Talks, die wir in letzter Zeit so hatten. Sehr spannende Cases dabei, sehr spannende Expertisen dabei. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen sonnigen Nachmittag und eine schöne Restwoche. Ciao, euer Matze. Und da kann man es im auch mit zwei M. Vielen Dank.